Black Kühner Frisch verliebt! Black Kühner datet diesen 18-jährigen Rapper Ist das etwa der neue Mann in ihrem Leben? Seit der Trennung von ihrem Ex-Verlobten Robert Kardashian, 30, wurden Black Kühner, 29, so einige Liaisons nachgesagt Ihre neueste männliche Errungenschaft dürfte jetzt aber für die größte Verblüffung sorgen Das Model mit den Mörderkurven wurde händchenhaltend mit dem Rapper gesichtet und er ist gerade einmal süße 18 Jahre alt Ein Reporter des US-Magazins DMZ hat die zwei erwischt, als sie ganz verliebt gemeinsam in Haus gingen Als der Kameramann nachfragte, was zwischen ihr und dem gebürtigen Texaner laufen würde, antwortete die 29-Jährige, wir daten, irgendwie Tatsächlich hatten sich die zweifache Mutter und der elf Jahre jüngere Musiker an diesem Abend nicht zum ersten Mal getroffen In derselben Woche wurden sie schon einmal bei einem gemeinsamen Ausflug erwischt, sie machten auch schon eine Bowlingbahn zusammen unsicher Für kommt schützende Hand gerade recht Von ihr sollen derzeit zwei Sextapes im Netz kursieren Wie die Aufnahmen dorthin gelangen konnten, ist im Fotomodell bislang noch unklar